Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Dankes-Video. Nach meiner Bitte vom Mittwoch doch Vorschläge zu unterbreiten, was ich als nächstes streamen könnte, kamen wirklich eine ganze Menge von eurer Seite. Eine ganze Menge Vorschläge. Ich habe mir mal ein bisschen Zeit genommen. Also erst mal kann ich sagen, dass ich ungefähr die Hälfte der Spiele nicht kannte. Da habe ich auf jeden Fall schon mal meinen Horizont etwas verbreitert. Und es waren auch tatsächlich einige Sachen dabei, die den Weg auf meine, sollte ich mal spielen, Liste gefunden haben. Es gab einige heitere Vorschläge, die mich haben schmunzeln lassen. Es gab einige Vorschläge, die mich etwas verstört zurückgelassen haben. Es gab, ja, eigentlich die ganze Bandbreite von Vorschlägen und eine viel größere Bandbreite, als ich hier selber hätte produzieren können bei Überlegungen, was denn als nächstes gestreamt werden soll. Was auf jeden Fall diese ganze Aktion gebracht hat, neben der Tatsache, dass es meinen Horizont verbreitert hat, ich eine ganze Menge neue Spielenamen und Spielekonzepte oder Spielenamen erfahren habe. Und dann, indem ich nachgeguckt habe, worum es sich da handelt, auch Spiele, die einfach für mich neu waren und die natürlich diese Riesenliste noch länger machen. Aber gut, das habe ich mir ja selber zuzuschreiben, wenn ich schon so eine Frage stelle. Dann darf mich das nicht wundern, dass dann auch Vorschläge kommen, die Spiele enthalten, die mir gefallen könnten und die ich für interessant halte und die ich dann irgendwann mal spielen will. Das liegt ja irgendwie ein bisschen in der Natur der Sache begründet. Auf jeden Fall hat diese ganze Aktion dazu geführt, dass ich gleich zwei Ideen hatte, was ich spielen will. Also genau genommen eine Idee, die sich wahrscheinlich besser für einen Stream eignet und eine Idee, die sich besser für YouTube eignet. Und es sind, muss ich, da bin ich jetzt ehrlich, gestehen, es sind keine Spiele aus euren Vorschlägen. Die haben mich allerdings dazu geführt. Und es sind beide Spiele, die ich vor ewigen Zeiten, ich weiß gar nicht, habe ich wahrscheinlich vergessen, auf meine Liste zu schreiben. Doch, hier, doch, doch, da steht es. Okay. Ja, also ich hatte sie, also ich habe sie irgendwann mal auf meine Riesenliste geschrieben. Also es waren Spiele, die ich vor ewig Zeiten schon mal vorhatte zu spielen und nicht gemacht habe. Also bei dem einen Spiel ist es vor ewigen Zeiten, bei dem einen Spiel. Das ist noch nicht so ewig alt. Aber auch inzwischen auch schon wieder. Gott, dass wenn die Zeit vergeht. Ja, also, was dieses ganze Video eigentlich soll. Also danke für eure vielen Vorschläge und die Verbreiterung meines Horizontes, was Computerspiele angeht. Und auch für die Vergrößerung meiner Liste der Computerspiele, die ich in Zukunft spielen können wollen möchte. Spielen könnte, spielen würde. Ich komme ein bisschen mit meinen Hilfsverben durcheinander. Also, ihr wisst, was ich meine. Danke, danke dafür. Das war mehr, als ich erwartet habe. Und gewissermaßen seid ihr auch mit dafür verantwortlich, dass diese ganze Beschäftigung mit der Thematik dazu geführt hat, dass ich eine Idee bekommen habe, was ich spielen will. Das war ja der eigentliche Grund für das Video. Also, wir werden am Mittwoch einen neuen Stream haben mit einem neuen Spiel. Ich werde jetzt noch nicht sagen, was es ist. Es soll eine kleine Überraschung sein. Ihr werdet es dann am Mittwoch sehen. Ich kann etwas sagen, in welche Richtung es geht. Das gilt für beide Spiele, obwohl das YouTube-Spiel ja noch ein bisschen weiter in der Ferne ist. Da ist ja im Moment einfach kein Platz in meinem Zeitplan. Das wird wahrscheinlich... Mal gucken. Long War heißt nicht umsonst Long War. Also, wenn ich nicht noch mit einem dritten Spiel anfange, wird es wahrscheinlich nach Magic kommen, also noch eine ganze Menge weg sein. Aber das andere, dass ich auf Twitch streamen will, das fängt ja jetzt Mittwoch schon an. Und das ist prinzipiell ein Adventure. Also, ich glaube, man könnte es sogar mit ein bisschen... Ja, man kann das sogar als Point-and-Click-Adventure bezeichnen, obwohl bei mir Point-and-Click-Adventure immer eine ganz bestimmte Spielegeneration und Spielart... Ja, ich meine, Spieleart ist ein Genre, ja. Also, eine ganz bestimmte Art von Spielen mit einem ganz bestimmten Look aus einer ganz bestimmten Zeit erscheinen lässt von meinem geistigen Auge. Und so ist es nicht. Also, es ist ein Point-and-Click-Adventure, aber neuer, moderner. Ich hätte, wenn ich richtig clever gewesen wäre, hätte ich vorher mal nachgeguckt, von wann. Machen wir jetzt mal, weil das wäre ja schon ganz hilfreich, wenn ich sage moderner. Von 2015. Von 2015. Okay, also es ist, ja, für meine Verhältnisse nagelneu. Das wird also dann am Mittwoch losgehen und das andere Spiel ist ein, das ist quasi ein Klassiker, der allerdings ein bisschen unterrepräsentiert ist, finde ich, in der Wahrnehmung von, in der vermuteten Wahrnehmung von vielen Leuten. Ich habe den Eindruck, dass das Spiel nicht allzu bekannt ist. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. In diesem soll es so darum gehen, wir haben ein Video, wir haben ein neues Stream, ein neues Stream-Spiel und das, wie gesagt, geht am Mittwoch los und ihr könnt erwarten, ein Point-and-Click-Adventure aus dem Jahre 2015. Das heißt, kein Rollenspiel, kein Weltraumspiel und das ist, ja, genau das, was, also als es mir in den Sinn kam, dachte ich, ja, das wäre jetzt mal das Richtige. Weil eigentlich war ich im Moment so ein bisschen auf dem Weltraumtrip. Nur da ist das Problem, da gibt es eigentlich wenig Spiele, die so sind, wie ich sie im Moment haben will. da gibt, ich meine, es gibt, also erstmal gibt es sowieso nicht allzu viele Weltraumspiele und dann gibt es nochmal weniger Weltraumspiele, die vernünftig sind und dann gibt es dann nochmal weniger, die genauso sind, wie ich sie gerade haben will. Das ist, ist so. Und weil zum Beispiel ein Spiel wie, ja, hatte ich ja schon im letzten Video gesagt, so wie Ulit oder Pioneer da passiert einfach immer über zu lange Strecken nichts. Ich habe mir in diesem Zusammenhang überlegt, dass ich wahrscheinlich in Kürze mal so ein Zusammenfassungsvideo mache. Ich habe nämlich an mir einige von diesen vermeintlichen Kandidaten für für ein nächstes Let's Play-Projekt genauer angeguckt, wenn ich sie nicht ohnehin schon kannte, aber zumindest dann auch die neueren Versionen genauer angeguckt. Vielleicht mache ich da mal ein Video, wo ich die mal in Gänze vorstelle für den Fall, dass sie nicht bekannt sind oder dass es allgemein interessant ist, weil da gibt es doch ganz unterhaltsame Entwicklungen. Aber ich komme schon wieder vom Thema ab, wie sich wie das so mein mein Modus operandi ist. Ich bedanke mich bei euch für also jetzt für für die Geduld und fürs Zuhören, für dieses lange unzusammenhängende Gebrabbel. Ich bedanke mich für eure Vorschläge. Ich bedanke mich dafür, meine grauen Zellen angeregt zu haben und ich hoffe, dass ihr am Mittwoch dann dabei seid, wenn wir mit dem neuen Stream anfangen, mit dem neuen Spiel. Wie gesagt, Adventure Point & Click 2015. vielleicht noch, weil das ja auch nicht jedermanns Sache ist, also erstmal muss ich noch dazu sagen, ich kenne es nicht. Also ich habe es genau, ich weiß genau, dass es das gibt und dass ich das spielen wollte, weil mir die 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 Präambir quasi gefallen hat. Prämisse ist das Wort. Meine Güte, mehr Kaffee. Prämisse gefallen hat und und der Look von Screenshots und so weiter mir gefallen hat. Ansonsten kenne ich das Spiel nicht. Es wird auf jeden Fall ein Blind durchspielen und das ist vielleicht bei einem Adventure gar nicht schlecht, wenn es in einem Stream passiert. Da kann ich nämlich, wenn ich Sachen nicht finde oder übersehe oder nicht begreife, ja auch immer doof fragen. Oder, ne? Kennt ja das Prinzip. Ähm, aber was ich nach Sorgen wollte, weil das vielleicht nicht jedermanns Sache ist, es ist, ähm, so wie ich das verstehe, ähm, ein bisschen Science-Fiction-Horror-artig. Und, ähm, es befriedigt sozusagen meinen Weltraumnerv damit, dass es, ich glaube, im Weltraum stattfindet. Aber das ist, aber auch nicht wirklich im Weltraum Weltraum. Also er, ich glaube, noch Raumstation oder so im Weltraum. Und so gesehen findet ja alles im Weltraum statt. Also ich meine, äh, Crusader Kings findet im Weltraum statt. Weil, ne? Findet auf der Erde statt, also im Weltraum, also ist das irgendwie alles, ähm, nur mittelhilfreich. Aber, das soll es gewesen sein, bevor ich mich noch hier in die Bewusstlosigkeit rede. Ähm, danke fürs Vorschläge machen, danke fürs Zuhören und, wenn ihr mögt, sehen wir uns dann Mittwoch 19 Uhr auf Twitch mit einem neuen Spiel. Okay, bis dahin. Tschüss.